Hossa Internet, vielleicht liegt es daran, dass heute Freitag der 13. ist. Sehr viel wahrscheinlicher ist aber, dass sich diese ganze Misere schon viel früher abgezeichnet hat, denn The Culling 2 legt eine grandiose Bruchlandung hin. Das Spiel ist vor wenigen Tagen erschienen und hat jetzt schon Spielerzahlen im einstelligen Bereich, was nicht gerade förderlich ist, wenn man eine Lobby mit 50 Spielern vollkriegen will, geschweige denn eine komplette Lobby, in der 100 Spieler drin sind. Das gibt es also momentan gar nicht und dementsprechend positiv fallen auch die Reaktionen auf Steam aus. 152 Bewertungen hat das Spiel bekommen und es steht momentan auf dem Stand sehr schlecht. Da heißt es nämlich, dass The Culling 2 gar nichts mehr mit The Culling 1 zu tun hat. Culling 1 hatte ja einen Fokus auf Ego-Perspektive und Nahkämpfe gelegt. Das neue Spiel sei hingegen ein waschechter PUBG-Klon und dafür will man keine 20 Euro bezahlen. Das heißt, momentan findet man da also nicht mal Mitspieler. The Culling 1 hatte seinerzeit ja schon einen gewissen Popularitätsschub. Am Anfang haben das viele Leute gespielt. Dann sollen aber die Entwickler von Saviant laut Aussage der Spieler absichtlich an den Wünschen der Community vorbei entwickelt haben und bestimmte Gameplay-Änderungen eingeführt haben, die gar nicht den Spielern geschmeckt haben. Für Saviant wird es jetzt ernst. Auf Twitter kündigt man nämlich an, dass man sich jetzt intern ernsthafte Gedanken über die Zukunft des Unternehmens machen muss. Es sieht so aus, als kommt die Kommandos-Reihe wieder zurück. Denn der Publisher Calypso hat auf Twitter angekündigt, dass man sich die Markenrechte besorgt hat. Damit kann man nicht nur die alten Spiele wieder neu auflegen, sondern auch neue Projekte stemmen. In einem Interview erklärt man, dass man dafür momentan willige Entwicklerteams sucht, die also entweder komplett neue Kommandos-Projekte machen oder aber, Zitat, Anpassungen vorhandener Titel an zeitgenössische Technologien und Plattformen stemmen können. Mehr Infos dazu gibt es noch nicht. Die Gamescom steht natürlich im August vor der Tür. Könnte ja sein, dass man da schon einen ersten kurzen Teaser bekommt, wo die Reise hingeht. Von der Kommandos-Reihe sind bis heute die Spiele Kommandos, Kommandos 2 Man of Courage, Kommandos 3 Destination Berlin und der Ableger Kommandos Strikeforce erschienen, allesamt vom Entwickler Pyro und dem inzwischen nicht mehr existierenden Publisher Eidos. Beast of Winter heißt der erste von drei geplanten kostenpflichtigen DLCs für Pillars of Eternity 2 Deadfire und da geht es, wie der Name schon sagt, wild und frostig zu. Ab dem 2. August beginnt nämlich dann die Reise in die südlichsten Winkel der Deadfire-Halbinsel und darüber hinaus, nämlich ins Beyond, das Jenseits, wo zahlreiche uralte Wesen lauern. Am gleichen Tag erscheint übrigens neben diesem kostenpflichtigen DLC auch eine Reihe von kostenlosen Inhalten, unter anderem ein neues Händlerschiff und der Challenge-Modus. Das war's für diese Woche mit den News, ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende, wir sehen uns am Montag zur nächsten Ausgabe wieder, bis dahin, weiterspielen!